Hallo lieber Krebs, hier ist die Inbal von Inbalstarot.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Januar bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den anderen Videos auf meinem Kanal und den Link zur Übersicht aller Tarot-Karten, wo du all die Karten, die ich hier einsetze, finden kannst. Deine Jahreslegung ist unterwegs, die kommt in den nächsten Tagen, bin da ein bisschen spät dran. Sobald das online ist, werde ich es unten verlinken, ja? Nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Krebs, kommen wir zur intuitiven Message. Vor meinem geistigen Auge sehe ich das Rad des Schicksals. Ich hatte das schon bei Wieder gesehen, aber dort ist die Story anders. Bei dir sehe ich das Rad des Schicksals in einem zugefrorenen Zustand. Das Rad des Schicksals dreht sich normalerweise, es bewegt sich, aber dein Rad ist stehen geblieben, eingefroren, ja? Und da hängen sogar ein paar Eiszapfen. Das ist das, was ich vor meinem geistigen Auge sehe. Du bist ein Wasserzeichenkrebs und du gibst den Menschen auf natürliche Art und Weise Liebe. So dieses, das warme, liebliche, dieses Bedingungslose. Das geben Wasserzeichen automatisch. Krebs, Skorpion und Fische. Dieses Geben da, das, was du aus dem Herzen herausgibst. Ich kann jetzt nicht wirklich in Worte fassen, was genau es ist. Du weißt, was es ist, ja? Und die, die das bekommen haben, haben das auch schon gespürt. Ja, falls du hier als Crosswatcher zuschaust, weißt du, was ich meine. Da gibt es etwas Bestimmtes, das diese Wasserzeichen einen geben. Wenn man es Liebe nennt, dann ist das schon zu eingeschränkt. Es ist etwas Mütterlicheres, ja? Es ist eine Art Heilung, die Wasserzeichen den Menschen geben, automatisch. Und das hast du jemandem gegeben, Krebs. Das hast du jemandem gegeben und, ja, ganz banal, weil jetzt Winter ist, ist das Wasser eingefroren, oder? Für das, was ich gerade beschrieben habe, steht das Wasser im Tarot, die Kelche. Und, ähm, gib mir einen Moment. Du scheinst hier über den Winter dein Wasser jemandem gegeben zu haben. Diese heilende Kraft, diese Liebe, diese Bedingungslosigkeit, diese, das, was diesen Menschen heilen soll. Und, ähm, der Winter ist jetzt vorüber, jetzt kommt der Frühling, hm? Dann wird es warm, dann schmitzt das Eis und dann dreht sich das Rad des Schicksals weiter. Ähm, es ist so wie Sendepause, die du momentan hast. Ja, das Rad des Schicksals, das alles hat, das diese Veränderungen hervorruft, ähm, der ist bei dir eingefroren momentan. Zwei Möglichkeiten hast du. Entweder wartest du den Frühling ab und wartest darauf, dass die Temperaturen steigen und das Eis schmilzt und das Rad sich weiterdrehen kann. Oder, was du auch tun kannst, ist, deinen Stab hervorholen, ja? Und beim Stab rede ich vom Stab im Tarot. Und, äh, Stäbe sind Feuer. Stäbe stehen für Lebensenergie, für, für, ähm, Sexualität, für Leidenschaft, aber auch für Lebenspläne. Und wenn, äh, und aus all dem kannst du jetzt aussuchen und sagen, okay, ich werde jetzt damit das Eis schmelzen und dafür sorgen, dass sich da etwas tut in dieser Sache. Und, ähm, unbedingt aufpassen würde ich beim Einsatz von Sexualität, weil, ähm, das sehr schnell toxisch sein kann, ja? Ist nicht gut, etwas mit Sexualität voranzubringen. Äh, was du tun kannst, ist, in Bezug, also deine Lebenspläne hervorholen und ganz konkret von deinem Gegenüber fordern, dass hier jetzt Pläne gemacht werden. Oder, wie geht es jetzt mit uns weiter? Kannst du es dir mit mir vorstellen? Kann ich es mir mit dir vorstellen? Ja, ganz konkret diese Gespräche führen. Durchführen. Entweder abwarten oder, ähm, selber aufwärmen, ja? Adler habe ich hier. Quersumme, also, äh, die Zahl 16 ist das. Karte Nummer 16, Quersumme 7. Das steht für Transformation, ja? Ähm, es ist eine Transformation, die noch ansteht für euch beide. Okay? Es ist eine Transformation, die ansteht. Schauen wir mal. Es ist irgendwie, äh, kommt es so aus mir heraus, euch beide anzusprechen. Es geht hier um zwei Personen, um dich und noch jemanden, ja? Ähm, du wirst jetzt sehen, wo genau das in deinem Leben sich abspielt. In den meisten Fällen ist das wohl in der Liebe, ja? Bei anderen wird es mit der Chefin, mit dem Chef sein oder Kollegen, Kollegin, ja, irgend sowas. Okay? Ähm, schauen wir mal. Der Adler kommt aus dem Osten, dem Schauplatz des Sonnenaufgangs, jeglichen Neuanfangs. Weit in den Himmel empor erhebt er sich und nimmt auch die kleinsten Details deutlich wahr, ohne das Gesamtbild aus dem Auge zu verlieren. Sein Nest baut er im Hochgebirge. Für Adler gibt es keine Hindernisse, nur Chancen. Er fordert dich zum Aufstieg auf, um dazu dir den Durchblick zu verschaffen, damit du Flügel an Flügel mit dem großen Geist dahin gleiten kannst. Sprich, falls du frustriert sein solltest, weil sich nichts verändert, ja? Weil alles so erfroren erscheint, ja? So wie wenn, ne, wie wenn da so wie Sendepause wäre, ne? Ähm, dann musst du einen Schritt zurück machen und dir klar darüber sein, dass jetzt vor allem, ähm, die Phase abgeschlossen ist, in der du gezeigt hast, wie viel Liebe du geben kannst. Okay? Weiter. Hast du dich so in deiner täglichen Routine verfangen, dass du kaum mehr weißt, wo du hin willst und was du als nächstes tun sollst? Hast du den Sinn deines Lebens aus den Augen verloren? Der Adler lädt dich ein, tief durchzuatmen und die Flügel auszubreiten. Wann hast du sie zum letzten Mal gespreizt? Der Adler erinnert dich daran, dass dein Geist dafür geboren wurde, sich in den Himmel zu erheben. Erwege deine Alternativen und frag dich dabei, möchte ich in einem Hühnerstall leben, abgeschieden vom wirklichen Leben auf die nächste Fütterung warten? Oder möchte ich mich emporschwingen wie ein Adler? Ich lese das nochmals vor für jene, die sich komplett verkrampft haben in eine Liebesgeschichte. Möchte ich in einem Hühnerstall leben, abgeschieden vom wirklichen Leben auf die nächste Fütterung warten? Oder möchte ich mich emporschwingen wie ein Adler? Solltest du dich für Letzteres entscheiden, musst du die Einladung des Adlers annehmen und den Mut aufbringen, die Freiheit zu wählen. Jetzt heißt es mit Adleraugen zu sehen. Richte einen Laserstrahl auf das Ganze und die Teile, aus denen es besteht und setz klare Prioritäten. Wofür bist du auf die Welt gekommen? Anmerkung nicht für einen Mann oder eine Frau. Etwa um die Erfolgsleiter finanziell oder gesellschaftlich zu erklimmen? Oder doch eher, um ein besserer Mensch zu werden, dein Herz zu heilen und dein wahres Selbst zu verwirklichen? Worin besteht deine göttliche Mission hier auf Erden? Schluss mit all den Ausreden. Natürlich hast du nicht genügend Zeit oder Geld oder bekommst zu wenig Schlaf. Trotzdem musst du jetzt sofort losfliegen, wenn du das von dir gewählte Lebensziel erreichen möchtest. Verschiebst du deinen Aufbruch, betrügst du dich nur selbst. Sieh die Welt mit den Augen des Adlers und betrachte jedes Hindernis als Chance. Du erreichst alles, was du dir vornimmst. Befreie dich deshalb und lebe deiner höchsten Bestimmung gemäß. Flieg los. Ich fasse zusammen. Ich fasse zusammen. Es scheint hier einige zu geben, die sich sehr auf eine bestimmte Geschichte konzentrieren, sehr vernarrt sind in eine Geschichte mit jemandem. In den meisten Fällen ist das eine Liebesgeschichte. Die Karte will dir sagen, hey Krebs, wofür bist du auf die Welt gekommen? Willst du im Stall da sitzen und auf die Fütterung durch ihn, sie warten? Oder fliegst du los? Der Rat ist ganz klar abzuwarten, dass die Temperaturen steigen und das Eis von selbst schmilzt. Ja, das Rat des Schicksals ist sowieso ein universelles Symbol. Es ist etwas, das man nicht beeinflussen kann. Die Dinge verändern sich dann, wenn sie sich verändern sollen. Die Karte hier sagt dir, dass du nicht da sitzen und auf die Fütterung durch dein Gegenüber warten sollst. Ja? Es gibt hier Dinge, denen du nachgehen sollst, willst, musst und das sollst du tun. Okay? Vor allem, ich habe hier die Karte 7, vor allem steht hier eine Transformation bevor, ja, in dir selbst. Und die sollst du jetzt angehen, ja? Dein Leben mal betrachten, anstatt nur dein Liebesleben. Und eben bei den anderen kann es dann sein, dass es sich hier um die Beziehung zum Chef, zur Chefin oder um die Beziehung zu Freunden handeln könnte, ja? In den meisten Fällen ist das die Liebe hier. Ja, ja. Krebs im Januar 2021. Krebs im Januar 2021. Page der Münzen. Du hast jemanden kennengelernt, der sehr vielversprechend ist, ja? Und es ist interessant. Die erste Karte bestimmt die Energie der ganzen Legung und als erstes kommt dieser Mensch hier. Das bist nicht du, das ist dein Gegenüber. Und was auch immer das ist, es ist sehr vielversprechend, ja? Ich rede die Verbindung hier nicht schlecht, wenn ich sage, hey, konzentrier dich auch auf was anderes, Krebs. Es ist vielversprechend. Der Page der Münzen ist der einzige Page, der zum König der Münzen mutiert oder Königin der Münzen, ja? König und Königin der Münzen stehen für Stabilität, Langfristigkeit, ja? Lange Beziehung, 20, 30 Jahre, Familiengründung, solche Dinge. Alles, was Hand und Fuß hat. Und diesen Menschen hast du kennengelernt. Und das ist das Potenzial, das das Ganze hat. Und irgendwie geht es nicht vorwärts. Und dann starrst du diesen Pagen an und fragst dich, wann der zum Ritter mutiert, um dann zum König oder Königin der Münzen zu mutieren. Es kommt dir vor, wie wenn ihr euch die ganze Zeit so begegnet, wie wenn ihr euch gerade erst kennengelernt hättet. Du fragst dich, warum erreichen wir bei unseren Unterhaltungen, Treffen etc. etc. nicht die nächste Stufe? Warum ist das so eingefroren? Zehn der Stäbe. Belastung. Belastung. Du machst dir hier so ein bisschen Sorgen. Zehn der Stäbe sind all die Stäbe, die du in der Vergangenheit aufgesammelt hast. Das geht von Ast der Stäbe hin zu Zehn der Stäbe. Und du kannst nicht einen Pagen hier, also jemanden neu kennenlernen und dann schon in der nächsten Monatslegung zehn Stäbe haben. Sowas dauert schon. Bis man all diese Last hier aufgenommen hat. Krebs. Es sind die schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit, die dich jetzt so ungeduldig werden lassen. Die Sache ist nur die. Die Stäbe sind die schnellsten Elemente im Tarot und Münzen die langsamsten. Die Sache muss langsam laufen. Also das sind zehn Zündhölzli. Zehn Streichhölzer. Zündet die mal an und schaut, wie lange die halten. Die verbrennen sofort. Ja. Tod. Hör auf damit. Die Karten sagen direkt, hör auf damit. Lass das zurück. Ja, was auch immer du da tust. Lass das zurück. Wir haben hier eine Schlange. Ich zeige dir rasch was. Im klassischen Ride of Weight trägt der Magier eine Schlange um seine Taille. Die Schlange windet sich um seine Taille und beißt sich selbst in den Schwanz. Und das ist eine Warnung. Man soll hier aufpassen, dass man nicht etwas kreiert, das dann rundherum kommt und einen selbst beißt. Ja, wenn du diese Verbindung, die hier neu entstanden ist, beeinflussen lässt von der Vergangenheit, wenn du da einen Einfluss zulässt, dann wird das Ganze irgendwann sich drehen, winken und tun und kehren und kommen und zack, dir in den Schwanz beißen. Ja. Lass das sein. Sagen die Karten. Ritter der Kelche und warte. Ja. Lass das sein und warte. Der Ritter der Kelche ist jemand mit aufrichtiger Liebe, der aber den Schritt noch nicht macht. Okay. Und dein Gegenüber ist einer, der aufrichtig etwas empfindet für dich. Ja. Aber den Schritt noch nicht macht. Den Schritt, ja. Auf den du da wartest. Der Grund dafür ist, dass dieser Mensch Verletzungen aus der Vergangenheit mit sich bringt. Dieser Ritter trägt eine Rüstung. Und hier siehst du jetzt, wie man durch die Vergangenheit sich die Zukunft versauen könnte. Wird hier aber nicht passieren. Warum? Weil du mein Video anschaust. Weil Taro dir hilft. Taro gibt dir hier die Durchsicht. Du bist jetzt diejenige, die hier den Durchblick hat. Und du siehst jetzt, was hier passiert. Du würdest hier ungeduldig agieren und dadurch etwas kaputt machen aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit. Es soll dir bewusst sein, dass dein Gegenüber diese Legung nicht kennt. Oder auch diesen Ablauf nicht kennt. Ja. Wie man sich durch die Vergangenheit die Zukunft versaut. Sei dir dem bewusst, du wirst hier die Geduldigere sein müssen. Und das ist schon ein paar Mal in deine Legung gekommen. Dass du es mit jemandem zu tun hast, der oder die Verletzter ist wie du. Ja. Dein Gegenüber hat Stimmeres durchgemacht wie du. Und du bist auch noch Krebs. Du hast eine heilende Wirkung. Du bist der oder diejenige, der oder die hier geduldiger sein muss mit diesem Menschen. Okay. Das heißt, hier muss. Du kannst. König der Münzen. Dieser Mensch will eine feste Beziehung mit dir. Dieser Mensch hat die richtigen Absichten. Keine Sorge. Keine Sorge. Es gibt hier nur Dinge aus der Vergangenheit, die dieser Mensch verarbeiten muss. Es kommt mir vor, wie wenn es für ihn, für sie schon eine beschlossene Sache ist, dass die Zukunft mit dir sein wird, Krebs. Das ist schon beschlossen im Kopf dieses Menschen. Nur werden die Schritte noch nicht unternommen, weil er sie hier gravierende Verletzungen aus der Vergangenheit mitbringt. Okay? Fünfter Kälche. Du vermutest hier eine andere. Du vermutest hier eine andere. Oh, Krebs. Wir haben hier drei zerbrochene Kälche und hier zwei der Kälche. Schaut euch mal die Gesichter hier an. Hier, Krebs, das bist du. Sorry. Ja, das bist du. Leidend. Kopf gesenkt. Blick nach unten. Ja. Hoffnungslos. Und hier ist dein Gegenüber. Ein König der Münzen. Der Visionär schaut. Ja, das ist so ein typisches Bild von Politikern. Politiker lassen sich oft so abbilden, so mit diesem Blick, visionären Blick in Richtung Zukunft. Ja, die schauen dann immer so hoch, irgendwo hin, in Richtung Zukunft. Dieser Mensch ist hier komplett auf dich fokussiert. Will hier etwas Ernstes mit dir. Will hier etwas aufbauen mit dir. Berechnet die nächsten 20, 30 Jahre mit dir. Berechnet seine, ihre Ressourcen. In den meisten Fällen ist das ein Mann. Und sieht hier eine sehr, sehr schöne Zukunft mit dir. Und dir geht es so. Gut gibt es, Taro. Gut gibt es, Taro. Ich sage es euch. Dieser Mensch wird jetzt hier eine Weile brauchen, bis er, sie, sein, ihr Inneres geheilt hat. Und dann wird es hier vorwärts gehen zwischen euch beiden. Ja, weil hier ist ein, das ist schon eine beschlossene Sache bei diesem Menschen. Deswegen wird dieser Mensch nicht sehr viel um den heißen Brei herumreden. Und es wird sehr schnell dann ernst. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere reinlegen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über diesen Menschen weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte. Dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye. Bye.